hallo ihr lieben mit diesem video möchte ich gerne eine ganz kleine geschichte vorlesen und die mich immer inspiriert ich freue mich heute da sein und für euch mal vorzulesen der hot dog fühlen sie sich momentan übergang oder unsichtbar werden entscheidungen einfach über ihren guck getroffen jetzt ist die zeit gekommen sich nicht mehr bevormunde zu lassen eine gute ratschlag nimmt voll jeder gerne dankbar an aber die entscheidung liegt letztendlich bei ihnen sollten sie sich in der rolle der grauen maus wieder erkennen machen sie sich auf farbe und schick in ihre leben zu holen sie haben bedürfnisse und wünsche die rücksichtig werden müssen geben sie nicht länger mit der rolle eine unscheinbare person zufrieden diese weisheit geschichte fordert sie auf dem schatten zu treten oder sind sie erst der einem kind oder dem partner hat gefühlt vermittelt nicht wichtig zu sein seien sie in diesem fall vorsichtig den anderen mit zu unterdrücken oder ihm die eigenen lebensziele auch zu demonstrieren so schaffen sie entweder druckmäuse oder einen tyrannen also vielen dank für euer zuhören und ich wünsche euch einen wundervollen tag mit viel freude im letzten leben genießen dies sei hier und jetzt zu sein alles alles liebe euer ming